Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem Selbstexperiment der unglaublich bescheuerten Art. Lalalalalala, tralala, tralala, ein bisschen singen hilft den Blutdruck unten zu halten. Und das sind Bürostühle, Bürostühle, verdammt nochmal, ich stehe voll auf Bürostühle. Eis, mhm, hat jemand Eis für mich? Hat denn jemand Eis bestellt? Schatzi Pupsi, kannst du dich mal wieder melden? Wir hatten schon so lange keinen Kontakt mehr, das ist echt ein bisschen doof, finde ich jetzt. Also, kannst du wenigstens mal wieder vorbeischauen? Oh, du Assi, wo steckst du nur? Ich hab keine Angst vor dir, jetzt komm doch einfach mal her, denn ich will ein bisschen Liebe mit dir machen. Von hinten rein, von hinten in den Slenderman rein, bam, 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 eisgekühlter Pommelunder. Anstellt eigentlich wieder ja Kinder, aber ich bin ja kein Kind mehr, jedenfalls bald nicht mehr, gerade bin ich noch 17 zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Oh, scheiße, ich bin ja noch 17. Es ist wirklich ein, 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 ein Arschloch, wie es im Bilderbuche steht. Ja, guck mal, 3, 2, 1, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt ist er rein. Wow, das meine ich, was zum Henker. Oder wir zusammen, es sind ja eigentlich Leute da, bloß ist blöd, dass ich die nicht sehe. Es könnte alles viel schlimmer sein, ist es aber nicht. Ich gönne allen ihr Eigenheim, ihr eigenes Slenderheim, da hinten ist der Fisch. Er geht mir voll auf den Sack, ich mag das nicht. Es ist mir zu komplex, weil alle Glowsticks schon weg sind. Es ist wie verhext. Dem sollt man ein pinkes Tutu geben oder sie nie wieder ausziehen. Mann. Ist man da mal? Ne, Alter, ist man da mal. Ist er da bestimmt irgendwo. Hallo. Mann. It's you alive. Habt ihr das gerade gelesen? Dieser Typ ist einen Lebend. Er ist einen Lebend. Er ist, warum ist er jetzt da? Er stand gerade eben links, dann steht er plötzlich vor einem. Ich habe keinen Bock mehr. Bring around the rosy, pocketful of rosy, pocketful of rosy. Alter. Hopfen, das habe ich auch schon. Guck mal, da liegt ein Teddybär auf dem Boden. Der sieht ja... Ne, es ist ein Arm. Fuck. Was denn? Natürlich die typischen Slendergera... Wow! Entschuldigung. Das war jetzt gerade eben einfach so eine Spontane-Reaktion. Oh, natürlich auch noch Kindergeräusche. Ja, klasse. Da freue ich mich ja an Schnitzel. Ba, 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 ba. Da ist er schon wieder. Der Slenderman, er ist hinter mir. Ich renne nochmal nach draußen. Wenn wir sterben, dann in der freien... Oder auch nicht in der freien Natur. Der Slenderman wollte das nicht, dass wir in der freien Natur sterben. Da hatte der keinen Bock drauf. Mann, im Anzug. Warum kommt er jetzt denn schon... Das ist da nicht zu fassen. Hör auf, mir meine Rede zu versauen. Wieso kommen da direkt im Menü Geräusche? Fick dich, start game. Da will ich eine epische Rede machen und dann kommt er... Ist das Gollum, der da im Hintergrund... Okay, vielleicht auch nicht. Proudly present. Ja, deine Mutter presented proudly. Wird da wieder Tag, wenn ich zurückgehe? Nein, es wird nicht wieder Tag. Ach, natürlich, komm schon. Das ist doch jetzt schon wieder scheiße, einfach nur. Ich mach mal hier, ne. Der kann mich mal am Arsch lecken. Der kommt bestimmt nicht durch geschlossene Türen. Der Schlendermann. Kaum findet man... Ich krieg einen Harten, wenn ich bedenke, dass der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Das erinnert mich an irgendwas nicht... So cool, hallo. I'm looking out of the window. And I think I'm going to meet the Schlendermann. Because the Schlendermann is the one who schlender kann. Erinnerungen aufleben lassen. Nachts um 0 Uhr, während Kinder durch die Gegend schreien. Das ist ein Hobby, das möchte ich auch haben. Oxide Park, kann man... Ach, dürfen wir Kano fahren? Das finde ich super, du, mit dem Schlendermann. Ich habe mir damals überlegt, ob ich ein LP davon hätte machen sollen. Jetzt weiß ich, it was the right decision to not to do so. Because the performance is very ugly. Maybe it's because of my computer. And I don't like the Schlendermann anymore. Soll das eigentlich... Diese Geräusche heißt, dass das regnet? Oh, da kommt doch schon der Schlendermann um die Ecke. Weil wir zu blöd sind. Fuck. Fuck. Hallo. Ja, guck mal, guck mal, der ist er. Ja, hallo. Ja, hallo, du kleiner Schlendermann. Guck... Hallo. Sehe ich ihn denn schon irgendwo? Den kleinen Schlingel? Den kleinen Schlingelpimmel? Schlingelpimmel. Ich habe am Anfang gesagt, wieso dauert das jetzt so lange? Wow. Äh, ja, äh. Dass ich mir aus irgendeinem... Wow. Wieso steht der plötzlich einfach da? Dieser verdammte... Aber du Hube, der Habe, der Buss-Päcker. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ey, bumse mich ins Gesicht und nenn mich Henrik. Spring into the Schlucht. Because the Schlucht is fun to do. Ganz allein im Wald. Mach der Schlendermann dich kalt. Schlendermann, Schlendermann, was der kleine Schlender kann. Jetzt gebe ich mir keine Minute mehr. Wenn jetzt over ist, dann ist's over. Ja? Wir haben die Hälfte geschafft. Das ist... Ich bin so ein Mensch, wenn ich die Hälfte geschafft habe, ist alles okay. Ja? Frau zur Hälfte befriedigt. Passt. Kannst du weglegen. Ja? Verloren die 3 in der Schule. Immer okay. Zur Hälfte masturbiert. Das ist jetzt auch super. Außer bei aufs Klo gehen. Wenn die Kaktos nur zur Hälfte rausguckt, dann... Nee. Das würde ich mir... Das würde ich mir nicht geben. Mein Name ist Kledos. Das war's. Ich bin raus. Ciao.